Moin 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 ihr Lieben, wir schauen uns heute gemeinsam die Details aus dem letzten Episode 7 Livestream an, denn ich bin mir sicher, dass ein oder andere Hass auch du dort verpasst und ich habe deshalb für dich natürlich das Video wieder unzählige Male geschaut, zurückgespult, gescreenshortet und alles mögliche getan, um heute gemeinsam mit dir das Video komplett ausschlachten zu können. Denn wie du weißt, Playground Games möchte uns ja nicht alles zeigen, was sie wissen. Aber so leicht machen wir es uns natürlich nicht, sondern wir schauen natürlich trotzdem nochmal in die Details rein und solche zeige ich euch heute. Ja, was ist dabei heute? Wir werden uns heute die Spielerhäuser anschauen, die im letzten Livestream nämlich schon gezeigt wurden, also dort die konkreten Locations auf der Map analysieren, wo das genau ist und wie viele Spielerhäuser wir jetzt damit schon mal kennen. Abgesehen davon schauen wir uns auch einen konkreten Vergleich zwischen einem alten Episodenteil und einem aktuellen, also jetzt im Episode 7 Teil an, denn dort gibt es den konkreten Vergleich zwischen ein und derselben Stelle auf der Map, die entlang gefahren wird, zu unterschiedlichen Jahreszeiten und Wetterbedingungen. Ist ja auch mal interessant, das einfach zu sehen, wie verändert sich eigentlich die Welt genau unter den verschiedenen Jahreszeiten. Ja, dann werden wir uns auch noch einmal zu der Festivalspielliste begeben. Auch dort habe ich nämlich im letzten Video einen Detail nicht genannt, das aber durchaus, glaube ich, sehr interessant sein dürfte. Und dann werden wir uns auch noch einmal konkret zur Fahrzeugliste begeben. Denn ich weiß, nachdem die Fahrzeugliste veröffentlicht wurde, gab es bei einigen doch sehr ungute Gefühle zu der Liste zu Forza Horizon 5. Einfach dieser Grundton, dass eigentlich Forza Horizon 5 nur ein Forza Horizon 4 mit neuer Map werden wird, das will ich eben nochmal so ein bisschen vielleicht gerade stellen und auch nochmal so ein bisschen auf die Fehler und geheimen Leaks dieser Liste eingehen. Denn dort gab es unter anderem auch schon ein Fahrzeug, das, glaube ich, geleakt wurde für die Zukunft. Aber es gibt ja auch noch Marken, die darauf gar nicht zu finden sind. Also es lohnt sich, wie ihr merkt, einfach auf diese Liste mal drauf zu schauen. Lasst uns erstmal starten mit dem, was am nächsten liegt. Und was liegt da natürlich am nächsten? Es sind die Spielerhäuser, denn die wurden zwar nicht konkret gezeigt im Stream, aber man hat sie auf der Map schon mal gesehen. Also man weiß zumindest, wo sie genau lokalisiert sind. Ich bin mal gespannt, wie sie wirklich vor Ort sein werden. Denn gerade bei den Spielerhäusern kommt es ja auch ein bisschen darauf an, wie der Forza Vista Modus wirkt. Das ist ja eigentlich so der Hauptteil, weshalb man in die verschiedenen Spielerhäuser fährt. Und ich denke, wahrscheinlich habt auch ihr eure Favoriten in Forza Horizon 4 danach schon ausgewählt, wie gut sich eben ein Fahrzeug präsentieren lässt im Forza Vista Modus vor dem Haus. Weil dort kann man sein Fahrzeug ja lackieren, man kann es tunen und so weiter. Und wenn dort einfach die Lichtverhältnisse nicht so wirklich toll sind, dann glaube ich, ist das Spielerhaus für sich auch nicht so interessant. Daher bin ich gespannt, wie die in Forza Horizon 5 sein werden. Eines davon finden wir auf jeden Fall südlich vom Horizon Hauptfestival. Und zwar bei der kleinen Stadt Mulehe. Da gab es schon mal ein Rennen, das wir gesehen haben. Aber ich denke, wir sind nicht direkt am Haus dort vorbeigefahren. Aber zumindest gibt es jetzt auf der Karte schon mal das eingezeichnete Spielerhaus, das ihr hier sehen könnt, versteckt hinter einem Community-Event, das dort drüber liegt. Spielerhaus Nummer 2 liegt östlich da vorne und zwar bei der Stadt mit dem einfach auszusprechenden Namen, der sich so ähnlich anhört wie ein Huracan. Wir schauen aber genau mit dem Pfeil auf eine Straße. Und das macht es jetzt ein bisschen schwierig zu lokalisieren. Ist das Haus Teil von der Ruinenstadt oder liegt das Haus unmittelbar daneben? Es könnte beides auf jeden Fall sein. Ich persönlich würde es ja präferieren, wenn es ein Teil von der Ruinenstadt wäre. Es würde, glaube ich, unglaublich gut aussehen, wenn man seinen Forza Vista Modus als Teil von der Ruinenstadt hat und dort quasi so sein Fahrzeug designen und ausstellen kann. Aber lassen wir uns überraschen. Wir sehen auf jeden Fall auch schon mal, dort gibt es auch einen Dragstrip. Spielerhaus Nummer 3 liegt unmittelbar an der tropischen Küste im Osten der Karte. Und wie schön ist es dort bitte, wenn man auch einen Blick auf das wunderschön blaue Meer bekommen kann. Ich hoffe, das wurde mit umgesetzt oder zumindest daran gedacht, dass man so ein bisschen das tropische Feeling von der Küste auch bei dem Spielerhaus bemerkt. Es wäre einfach zu schade, wenn dem nicht so wäre. Aber auch hier müssen wir uns überraschen lassen, denn der Pfeil zeigt so ein klein wenig in die Mitte zwischen zwei Straßen. Und das könnte natürlich sein, dass einem vielleicht der Blick auf das Meer auch dort verwehrt bleibt. Aber was können wir grundsätzlich schon mal sagen zu den Spielerhäusern? Bisher haben wir im Gameplay gesehen, waren die Spielerhäuser immer so aufgebaut, dass man ähnlich wie auch in Forza Horizon 4 im Außenbereich geparkt hat. Also keine Garage, in die man quasi reinfährt. Dagegen aber das Horizon Festival selbst, das in Forza Horizon 5 noch nicht vorgestellt wurde, dürfte aber, so nehme ich an, auch dort erneut wieder einen Showroom bieten, wo man also quasi im Innenraum des Festivals parkt und keine Möglichkeit bekommt, irgendwo außen am Festival zu parken. Kommen wir als nächstes zur Festival-Spielliste. Die wurde uns zwar noch nicht ausführlich vorgestellt, aber es gab jetzt eine sehr, sehr coole Info, was nun hinzukommen wird. Falls du noch gar keinen Forza-Teil gespielt hast und gar nicht weißt, was die Festival-Spielliste ist, das ist der Ort, an dem du die gesammelten Saisonaufgaben findest. Und hast du diese Herausforderungsaufgaben gemeistert, gibt es eben besondere Preise. Meistens sind das exklusive Fahrzeuge, die du nur in dieser Saison freischalten kannst. Ja, was gibt es jetzt also neu? Dort kommt hinzu der Schatzjagd-Modus. Den kennen wir vielleicht sogar aus Forza Horizon 4 und zwar vom DLC Fortune Island. Dort gab es nämlich auch Herausforderungsaufgaben, also besser gesagt Rätsel, die man lösen musste. Hat man die erfolgreich gelöst, wurde einem der Ort von einer Schatzkiste gezeigt. Dort musste man nochmal dann genau suchen, wo die sich in diesem Areal befindet und hat man die gefunden, gab es eben auch besondere Preise. Das Feature wird also nun fester Bestandteil in Forza Horizon 5. Ob das aber wöchentlich oder nur monatlich neu befüllt wird, das wurde bisher noch nicht gesagt. Kommen wir zum Schluss, zum Aufreger der letzten Tage, zumindest in Bezug auf Forza Horizon 5. Denn es gibt ja jetzt die offizielle Fahrzeugliste und ich kann euch absolut verstehen, dass man sich darüber aufregen kann. Aber ich will euch hier einen Grund zum Aufregen nehmen, denn Leute, es gibt noch ganz, ganz viele Fahrzeuge, die darauf kommen werden und die neu in Forza Horizon 5 erstmals ins Spiel kommen. Es wurde nämlich im Stream Folgendes gesagt. Und daraus seht ihr, es werden noch eine ganze Menge Fahrzeuge vorgestellt. Wie viele genau? Tja, das steht noch in den Sternen. Zumindest, denke ich aber, dürften so um die 50, 60 Fahrzeuge mindestens sein, die noch auf diese Liste hinzukommen werden, die nicht bereits jetzt vorgestellt worden sind. Und dazu kommen eben teilweise ganze Marken, teilweise natürlich auch Fahrzeuge, die wir dann aus Forza Horizon 4 noch kennen. Zum Beispiel BMW ist da noch gar nicht darauf zu finden, Mazda ist nicht da drauf, Audi hat bisher nur die alten Fahrzeuge und auch Bentley ist zum Beispiel gar nicht vertreten, Bugatti ist nicht drauf. Also da fehlt noch eine ganze Menge und ich bin mir ganz sicher, da wird auch noch eine ganze Menge kommen. Denn es wurde gesagt, Forza Horizon 5 wird am meisten Fahrzeuge zum Start des Spiels haben, von allen Forza Horizon-Teilen. Und zuletzt gab es in Forza Horizon 4 450 Fahrzeuge, jetzt stehen wir bei 435 veröffentlichten Fahrzeugen. Also Minimum dürften mal, denke ich, 50 Fahrzeuge mehr zum Start angebracht sein. Vielleicht sind es sogar noch mehr, aber in diesem Dreh kommen natürlich auch noch Fahrzeuge jetzt hinzu, die wir noch gar nicht vorgestellt bekommen haben und dementsprechend wird sich die Liste auch noch mit den nächsten Tagen und Wochen befüllen. Wie gesagt, bis zum Release sind ja auch noch ungefähr sieben oder acht Wochen sogar. Da kann auch eine ganze Menge passieren und ich bin mir ganz sicher, da sind auch noch einige Community-Wünsche dabei, aber weil eben auch gesagt wurde, dass man sich die neuen Fahrzeuge, die bisher noch nicht vorgestellt worden sind, für Social Media bereithalten möchte, wird man die nicht einfach auf die Liste schreiben und die stehen dann da plötzlich drauf und man muss sie raussuchen, sondern die werden natürlich ausführlich dann präsentiert, entweder in den Livestreams oder eben auf Twitter oder Instagram. Und dann, wenn das passiert, werde ich es natürlich hier wieder separat nochmal in dem Video mit einbauen, aber so werden wir wieder weiterhin tröpfchenweise neue Fahrzeuge vorgestellt bekommen, die wir bisher noch nicht auf der Liste finden können. Was wir allerdings auf der Liste finden, das ist zum einen ein Fahrzeug, das mittlerweile nicht mehr auf der Liste zu finden ist und das, obwohl die Liste nicht upgedatet wurde. Und dann finden wir auch ein Fahrzeug darauf, das neu ins Spiel kommt, das nicht in Forza Horizon 4 war, aber in Forza Horizon 3. Fangen wir mit dem mal an. Das ist der Lexus SC 300 und den seht ihr jetzt nämlich hier nochmal eingeblendet. Abgesehen davon gibt es aber auch ein Fahrzeug, das auf der Liste stand, am Tag, als die Liste veröffentlicht wurde und jetzt nicht mehr zu finden ist. Und das ist dieses Fahrzeug hier. Der 2020er Hot Wheels Bone Shaker Monster Truck. Ich finde, das Fahrzeug passt unglaublich gut ins Spiel. Schade allerdings, dass der Wagen jetzt so ohne Erklärung verschwunden ist und man auch da, glaube ich, in den nächsten Wochen erstmal nichts mehr hören wird. Es sei denn, der Wagen wird, wie gesagt, über Social Media nochmal angekündigt werden. Aber ich glaube nicht, dass man sich hier einfach verschrieben hat und den Hot Wheels Bone Shaker ergänzt hat mit einer Monster Truck Version und das gar nicht wollte, sondern ich glaube, dass dieses Fahrzeug bereits irgendwo in den Katakomben der Fahrzeuglisten bei Playground Games zu finden ist und später als DLC-Fahrzeug, wenn nicht zum Release, hinzugefügt wird. Also vielleicht kann man hier schon mal sagen, auf jeden Fall ein Leak für Forza Horizon 5 ebenfalls. Wie gesagt, gibt es ja auch ein Fahrzeug, was schon mal eingescannt wurde und das wir vielleicht auch noch vorgestellt bekommen werden in den nächsten Wochen. Das ist nämlich der Nissan GTR R35 in der aktuellsten Version als Nismo. Da hier nochmal von mir der Screenshot, den ich vor, ich glaube, vor einem Jahr gemacht habe oder sowas und da muss ich auf jeden Fall schon mal sagen, ich glaube ganz sicher, dass der Wagen auch ins Spiel kommen wird. So, also davon abgesehen, aber eben nochmal hier der Hinweis, es wird weitere Fahrzeuge geben, es wird auf jeden Fall noch eine ganze Menge hinzukommen zu dieser Liste und ihr seht eben auch, ja, das ist eben noch lange nicht der Stand der Dinge, da wird auf jeden Fall noch einiges an dieser Liste verändert werden. Kommen wir noch zu zwei Ungereimtheiten, die mir auf der Liste aufgefallen sind, aber über die vielleicht der ein oder andere stolpern mag und sich dann denkt, hm, ist es hier ein neues Fahrzeug oder ist das noch immer das Gleiche? Einmal haben wir jetzt einen 2019er Aston Martin Vantage. In Forza Horizon 4 war der Aston Martin Vantage aus 2018 gewesen, aber ich bin mir ganz sicher, es handelt sich hier nur um das gleiche Fahrzeug mit einem Schreibfehler, also ich denke nicht, dass man jetzt wegen dem einen Jahr, zumal es ja auch kein Facelift gab oder sowas, ein neues Fahrzeug dafür verwenden würde. Das gleiche auch hier beim Porsche 911 GT1 in der Straßenversion, der stand nämlich jetzt hier aus 1997 auf der Liste, aber im Spiel ist es der 1998er und soweit ich weiß, ist der GT1 Evo, den wir da haben, sowohl 1997 als auch 1998 gebaut worden, also dürfte es sich hier ebenfalls nur um einen Schreibfehler handeln. Zum Abschluss schauen wir uns noch einen Vergleich an zwischen zwei verschiedenen Jahreszeiten an exakt der gleichen Stelle auf der Karte, denn dieser Bereich wurde bereits zweimal in verschiedenen Episoden abgefahren und deswegen blende ich euch das hier allerdings mit unterschiedlichen Fahrzeugen ein. Zuletzt im Ford Bronco Air, davor in einem Rallye Fiesta, macht ja aber nichts, ihr seht jetzt aber mal hier, wie unterschiedlich sich dann die Jahreszeiten auf den konkreten Abschnitt auf der Map auswirken werden. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal von euch, bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr habt das Video mit einem Däumchen bewertet und natürlich auch euer Abo dagelassen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bis dahin, haut rein, mach rein, macht's我很ishes, bis dahin, haut rein, macht's gut. chat CDs, los